Okay, pass auf, wenn ich jetzt Hentai nehme, ne? Also Hentai. Es gibt doch bestimmt in Hentais ganz viele Sexroboter. Also nehme ich... Hentai 2. Roboter und Po. Hentai? Okay, Peter, jetzt kommen seine Fetischsachen raus. Dann geh mit Hentais zum Essen, da haben wir schon draus gekocht. Roboter, schau mal gut. Schau mal gut, Christian. Roboter, find ich super. Wieso denn Essen? Wait, ficken die Essen in Hentais? Jetzt bin ich verwirrt.